Wir haben wieder ein neues Projekt für euch. Wir haben Strohschweine. Unsere Strohschweine macht unser Jungbauer Matti aus Hellfand. Und da liegt uns ganz am Herzen, dass die Schweine so gut wie es geht aufwachsen auf Stroh, dass wir wirklich einen nahen Bezug haben zu den Schweinen mit einer guten Aufzucht und faire Preise für den Landwirt und kurze Wege. Wir haben von Saarburg nach Hellfand 16 Kilometer und das können wir dann auch perfekt kombinieren mit unserem Altfuchshof Rindfleisch. Und das wisst ihr ja alle, das liegt uns absolut am Herzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017